Nach dem Spiel müssen wir den endgültigen Kader nominieren und da gibt es Spieler, für die es ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist, die sich dort zeigen können, die dort zeigen können, dass sie in den Kader für die Europameisterschaft gehören und von daher ist es nicht irgendein Freundschaftsspiel, sondern es ist schon eine wichtige Standortbestimmung, wo wir auch taktische Dinge probieren werden und das Ergebnis ist sicherlich zweitrangig, auch weil wir die Trainingseinheiten jetzt haben, die Spieler sind ein bisschen müde auch, aber da haben wir eigentlich auch noch nie so viel Rücksicht drauf genommen und von daher ist es trotzdem ein wichtiges Testspielen.